Weihnachtliche Feststimmung bringt dieser 18-strahlige Stern in Ihre Fenster. Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas wirkt er wie aus schillerndem Eisgehauen. Doch erst im Dunkeln entfaltet er seine wahre Strahlkraft. Das sanft wechselnde Farbenspiel band immer wieder den Blick des Betrachters. Der Leuchteffekt kommt durch sparsame LEDs zustande. Neben ihrer Langlebigkeit haben diese Leuchten einen weiteren Vorteil. Da sie nur sehr wenig Wärme entwickeln, können sie den Kristallstern auch gefahrlos mit Stoffbahnen oder inmitten von Tannenzweigen dekorieren.